Soll ich mal hier auf den Turm gehen? Meinst du, man sieht von hier auch schon was? Ja, da sind mindestens zwei Teams hier. Ja, genau, mindestens. Ja, da wird auch ordentlich lang geschossen. Ich höre einen Sniper. Ja, ja, oben auf dem Dach, Südwest 236. Und da wird noch mal geschossen. Äh, eher aus Südosten. Ja, der ist aber noch auf dem Dach. Shipbreak. Ich weiß jetzt nicht, wo der hin ist. Rommendrone. Okay, okay. Dann kann die ja nur vom Dach kommen. Kommt zu mir, kommt zu mir, kommt zu mir. Ja, ja, warte. Da ist er. Ja, ja, okay. Ich bin im Haus, da ist er reingekommen, der Idiot. Hast du kaputt gemacht oder war es jetzt ein anderer Spieler? Nee, nee, ich war safe im Haus. Okay, hat irgendwer kaputt gemacht. Oh, der ist immer noch auf dem Dach. Knock, 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 knock. Der ist ausgenockt. Unten schießt noch einer. Ja, der guckt immer wieder, der guckt immer wieder. Shield, ne, Shipbreak aber noch nicht. Oh, der hat mich fasst. Der fühlt sich safe. Okay, der hat mich. Ich glaube, das ist der vom Dach jetzt wieder gewesen. Ja. Ja. Ich mach Drohne an. Bitte aufklärungsüberflug. Verwässerte Drohne im Einsatzgebiet. Suche nach bedrohenden Läufen. Auf dem Dach sehe ich nichts. Auf einen Down. Doch, auf dem Dach noch, auf dem Dach. Ja, ja, auf dem Dach. Ja, ich hab den anderen Down. Oh, scheiße. Der hat mich. Achtung, ein Operator-Trupp befindet sich nahe deiner Position. Ich rob mal langsam zu dir. Boah, fast. Boah, bitte. Oh, da hat mich jetzt von der anderen Seite einer gefinisht. Oh, das ist nicht gut. Oder? Warte mal. Killcamp wird mir nicht angezeigt. Nee, kann sein, dass ich ertrunken bin. Kann auch sein, aber da sind Leute. Verbesserte Drohne kehrt zur Basis zurück. Ja, warte mal, der ist in Bewegung. Der ist abgesprungen. Der geht zur Drohne. Der will die Drohne aktivieren. Er geht weiter. Der andere ist finnisch. Der andere ist tot. Ja, der ist bei mir. Okay. Hier im Haus drin. Ich brauch Platten. Ja, ich hab auch nix. Geh mal, hier in der Waffe ist der Position. Der down Selfie. Der down Selfie. Der kann nicht so schnell gewesen sein. Ja, ja. Da an der Drohne ist er. Ich komm wieder. Ich komm wieder. Alter, der ist dabei. Wo denn? Auf der rechten Seite 288 so ungefähr. 286. Der schießt hier noch rein. Ah ja, der schießt jetzt auf uns. Komm mal rein, komm mal rein, komm mal rein. Der snipet noch. Der snipet hier in die Tür rein. Ja, klar, klar. Mach das bloß nicht zur Gewohnheit. Verstanden? Ja, was ist denn mit ihm? Ja, von der anderen Seite snipet auch einer. ULF1, Vorsicht. Wir sehen einen Operator-Trop in der Nähe deiner Position. Ja, ja. Plassiere Selbstwiederbehebung. Meine Seite. Kommt. Aber am Haus vorbei, jetzt bei dir. Pass down, pass down. Down. Ja. Der ist runter. Ultra-1, Achtung, bei deiner Position... Noch mehr Operator. Was hat er für ne beste Sanitätsweste? Ist das eigentlich gar nicht das gleich? Natürlich auch keine Platten. Einer schleicht, glaub. Ja. Oh Gott. Okay, lass mal nach rechts pushen, langsam. Ja. Ah. Ach, hier ist die Leiche. Okay. Oh, der hat aber Sachen dabei. Viel besser. Dann geh ich mal davon aus, dass ich schon im Gebäude warne. Ja, ja. Der eine hat drei Selfies gehabt und so. Achso, ne. Die gibt's doch gar nicht da drin. Ach, der liegt doch hier. Guck mal, hier ist die Leiche. Ja, ja. Hab ich doch gesagt. Ich geh mal aufs Dach hoch und flieg mal zur Drohne. Ja, Moin, der Lexi ist auch schon an. Jo. Oh, es wird noch gesnipet. Äh, westlich. Die Richtung. Die Richtung. Ja, genau. Da ist er. Knock. Knock. Auf meinen Marker. Genau. Ja. Äh, finish. Der ist finished. Da wird aber noch einer sein. Ja, wollte grad sagen. Da wird nicht der alleine sein. Ich geh hier ins Haus rein. Ja. Wird mir weiter angesagt, Operator. Ich hab ja Geist. Deswegen. Ja, genau. Mich sehen sie. Mich sehen sie, ja. Alles gut. Okay. Ja, der wird wieder geschossen. Warte ich kurz mal. Warte ich mal kurz hol. Die haben auf mich geschossen. Warte mal, wo die hinschießen. Äh, also auf dem Dach seh ich schon mal nichts. Oh fuck. Ich komm jetzt mal rüber. Weil ich wurde jetzt vom Bots oder sowas beschossen. Keine Ahnung. Ja, ich auch. Deswegen. Hier wird mir aber gerade nichts angesagt. Wegen Operator. Aber er liegt da halt. Er ist tot. Okay. Ja. Aber er liegt noch. Ja, ja. Er liegt noch. Ne, jetzt ist er weg. Okay. Hat er Platten? So gerade. Ach, guck mal. Ich hab zwei. Okay. Ich hab schon mal Platten. Er hat. Statt nur Müll. Aber ist hier nicht der Schock? Ach, Achtung. Sniper, sniper. Also wie schlecht kann man denn snipen? Ich hatte doch ich. Weil wir voll wenig leben. Wo ist der denn? Der war aus der Stadt wieder raus. Ja. Ja, da wurde ich vorhin auch geschossen. Auf Hotelrichtung. Ja, ja. Hotelrichtung oder so. Und noch nichts, was in unmittelbarer Nähe ist. Also können wir eigentlich ganz entspannt zum Auto laufen. Ich hab nämlich mehr als genug Kohle. Ich hab nämlich alles aufgehoben, was sie haben. 8, 16, 1, 24, 29.000. Plus das, was ich noch so habe. Über 30k. Was ist denn da los? Wer ist denn da drin? Oh, Drohne hier aktiv? Wir laufen von Drohne in Drohne. Ja. Vom Loot zu Loot. Also wir können schon hier kämpfen. Aber ich muss auf jeden Fall zum Shop, ey. Und wir können auch den Wagen nehmen. Direkt zum Shop gehen hier. Ja, wir gehen direkt zum... Warte mal, zu welchem Shop willst du denn jetzt? Zu dem da unten? Ja, bei Sava noch. Ja, genau der. Okay. Ja, gut. Dann versuchen wir es mal. Ja, wird schon gut gehen. Da wird geschossen. Hinten. Da in die Richtung. Boah, die Bots, ne? Ja, die Bots sind das. Die haben wieder Warleg. Die wissen sofort, wo ich bin. Du musst nur kurz um die Ecke pieken und dann ist es vorbei. Ja. Okay, auf jeden Fall sind sie da in Richtung. Die Spieler sind am Krankenhaus. Wir sind da drüben. Ja, genau. Ich wollte gerade fragen, ob du geschossen hast. Ja, wird mir auch angesagt. Wird mir auch angesagt, Operator. Ja. Let's go. Aber warte mal, warte mal, warte mal. Hier in die Richtung wird auch geschossen. Da ist... Ja, ist jetzt. Knock. Knock, knock. Auf der Straße. Wo ist der? Vielleicht rechts ins Gebäude rein jetzt. Ja, da würde ich... Ich glaube hier. In den Netz. Er ist oben. Finish. Sehr gut. Aber Granaten kriegt man schon ab. Doch, sie schießen schon. Ja, bleib du mal da. Ja, die kommen. Die kommen. Und wo? Wasser, Wasser. Ja, bleib du mal da. Ich hab... Bist du das mit der Scheibe gewesen? Ja. Der ist hier vorm Haus. Wahrscheinlich gestorben bei mir, ne? Auf der Seite. Ja. Der liegt da. Guck mal hier. Mörserschlag. Mörserschlag. Der liegt da. Der liegt da. Guck mal hier. Mörserschlag. Selfie. Mies. Ohne Ende. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt auch keinen dritten. Arschvoll Bots. Aber die bewegen sich nicht. Aber die Leichen... Die liegen aber... Ne. Ist weg. Okay. Sani Weste wieder. Denk dran. Die werden gejagt. Ja. Ja. Ich kaufe. Warte mal. Was haben wir im Shop so? Oh, Präzisionsluftschlag. Habe ich die mal gekauft. Ja. Sehr gut. Ich habe da keinen Killstreak. Das ist halt auch ein geiler. So. Sollen wir LTV oder was? Hm. Jetzt komm mal her wegen Platten. Jo. Bin da. Ich habe auch eine Plattenbox. Ja. Ich kann auch. Warte mal. Ich kann fast nichts mehr drin. Ja. Zwei Safies reichen. Äh. LTV kaufen. Ja. Ich habe. Ja. 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 Was meinst du denn? Aber brauchen wir das? Die jagen uns ja jetzt eh. Die kommen ja jetzt. Ja. Ich weiß. Aber. Ablenkung. Keine Ahnung. Mal gucken. Das wäre total dumm. Ich habe zwar. Die sehen mich je nicht. Aber trotzdem. Das ist ja Quark. Die müssen wir uns jagen. Ja. Ja. Genau. Da sind Vorräte runtergekommen. Letzter Exfil ist sogar hier bei uns unten. Also irgendwie Airport wahrscheinlich. Am Airport ist jetzt gerade auch ein LKW angekommen. Da werden wahrscheinlich Leute campen. Ja. Ich lauf mal zu dem anderen da hinten. Ja. Da ist eine Gebäude 21 Karten. Der Rest ist Geld halt. Aber ich brauche jetzt kein Geld. Ich nehme nichts mit Respekt. Ja. Geld ist Kacke. Brauchen wir nicht. Und Granate. Ja. War noch ein Peti dabei. Sehr gut. Da hin wird geschossen. Da könnten wir auch ein Drohnen reinpuschen. Nein. Nein. Lass mal hier rauskommen. Bei Barsch. Ist so aus dem Bereich oder nicht? Ja. Ich glaube da sind Spiele. Ja. Ich rück mal vor. In der Maus ist irgendjemand ungewöhnt. Ja, ja. Wird mir angesagt Operator. Ja. Der läuft jetzt hinten. Ja. Da durch. Und dann hast du dann bald Kontakt. Wenn du hier rein gehst. Ja. Passt. Okay. Ich geh aufs Dach drauf. Das ist eine Leiter. Denk an die Bots, ne? Mhm. Die haben Drohnen an. Die rennen zu dem. Die rennen zu dem. Die rennen. Die sind abgehauen. Die sind. Die Bots sind alle hinterm Zaun hinten weg. Ja, ja. Die schießen aber jetzt auf uns. Total kacke. Hä? Wo sind die denn hin? Äh, der ist einfach weg. Ähm. Warte mal. Da rennt doch auch noch Pots rum. Guck mal. Die rennen jetzt noch da. Die rennen nach da. Die rennen alle noch da. Komm mit. Ja. Ja. Ich komm. Ich glaub am Wassern lang. Der muss da sein. Ich glaub. Ja, ja. Ich glaub der ist in dem Gebäude drin. Ich bin direkt rein. Ah, der macht C. Der macht den C. Schilde weg. Down. Schuss. Oh, du kommst, wirst du. Nee, alles gut. Deswegen ist ja auch so viel los. Ey, der macht das alleine, ne? Mhm. Mörderschlag, falls du noch brauchst. Ey, wir können uns eigentlich einen persönlichen Exfil holen, ne? Ja, genau. Haben wir ja in Hoffnung. Mörderschlag. Ja, aber ganz entspannt. Der last Exfil wird da unten irgendwo sein. Ja, am Airport direkt. Direkt auf den Airport. Problem ist halt, dass ich schon weiß, dass da sind welche schon hingefahren. Die werden da campen mit Sicherheit. Ja, aber wenn du mit deinem Personal Exfil bin kommst, dann könnten wir dann hier kaufen. Ja, können wir machen. Und ich denke, da der letzte da kommen wird, wird uns der andere dann halt irgendwo anders. Ich hoffe es. Das letzte Mal wurde er direkt da auch angezeigt, der letzte, also der Exfil, der persönliche. Ja, das wär's ja. Da hast du dann halt verkackt. Das ist ein Vorteil. Ja, aber deswegen sind wir ja drinnen, ne? Wir machen gerade zu zweit alles. Nicht gelootet. Boah, ich dachte grad. Das bist aber du. Boah, ich dachte grad. Das bist aber du. Du hast ja mit dem Zug. Ja, perfekt. Perfekt. Wir sind wieder beim LTV, ne? Ja. Oh, Munition einmal. Achso, ne. Ich bin voll, okay. Burn, schiebe. So, wo ist Action? Ja, direkt am Harport. Ja, ja, ja. Ohne ist aber jetzt ausgemacht. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, warte mal. Ich steck mal hier aus. Hier hab ich High Ground. Oh, jetzt komm ich hier natürlich nicht hoch. Da fährt er. Da fährt er. Da fährt er. Er fährt weg. Komm auf. Bei mir Schritte. Bei mir ist hier jemand. Ja, unter mir waren Schritte und hier wird kein Bot angezeigt. Er ist close. Oh. Oh, er ist sehr close gewesen. Scheiße. Oben bei mir. Ich komm, ich komm, ich komm. Oh, Mann, Alter. Die sind zu zweit. Die haben taktisch gepusht. Alle geistes. Oh ja, oh ja. Ja, das ist besser. Pass auf, dein F-Track. Einheitsfinish. Du hast noch einen genockt, du hast den oben auch genockt wieder. Ja, ja. Du könntest ihn vielleicht holen, wenn er nur ein Selfie hatte. Er hat eine Tarnweste. Ja. Ey, Achtung, kommt. Mach den fertig. Ich dachte gerade, was will der, der ist alleine. Ich denke, der ist besser wie du oder was? Was war das denn jetzt? Hast du das nicht gesehen? Der ist gerade gekommen wie das A-Team. Und ich dachte, mit zehn Männern kommt der jetzt. Und dann hockt er da alleine drin. Sind alle down, oder was? Ja, der oben war auch noch down. Ich weiß nicht, ob er verblutet ist. Wir sind da hochgekommen. Scheiße. Player auf dem Dach, Player auf dem Dach. Läuft Richtung Drohne langsam. Ach so, du musst hier links ans Gebäude ran. Hier ran. Das ist die Leiter. Links laufen, genau. Weiter, weiter, weiter. Und dann hier die kleinen Treppen vorne hoch. Und dann rechts. Aufpassen. Und er ist genau dann leicht auf der Rechten. Da, hier. Nee, nee. Da ist der Leiter. Ja, warte, warte. Ach so, ja, ja, ja. Das kannst du so machen, aber du bist ein bisschen niedriger. Vielleicht hab ich ihn. Vielleicht hab ich ihn. Vielleicht hab ich ihn. Auf deinem Marker kämmt er? Ja, genau da. Also liegt er? Nein, nein, nein. Das ist ein Spieler. Der war gerade oben drauf. Weiß ich nicht, vielleicht ist er jetzt unten drin. Kann auch sein. Oder runter gejobbt und holt den anderen. Ja, hier war er, guckt. Achtung. Das war ja so close gerade. Achtung, noch was, noch was. Noch einer, oh mein Gott. Genauso war es bei mir auch. Ich verstehe das nicht. Alter, ich habe jetzt vier Leute, vier Leute. Das geht doch, ey, wie viele sind die denn schon wieder? Ah, egal, gute Runde. Bei mir auch. Bei mir waren es genau die beiden. Die haben mich auch getötet. Wo waren die dann davor? Also unten war einer, der mit dem Auto reingefahren ist. Oben habe ich ja einen genockt. Den einen habe ich jetzt gerade geholt. Und dann kam noch einer. Also vier Leute. Ja, und keiner von denen hatte so einen Skin. Das ist ja das Witzige gewesen. Nur die zwei. Und die anderen hatten normale Skins. Ja, egal, war gut. In welchen Ecks sind die gehockt, ey. Ja, gut Leute. Das soll es gewesen sein. Ja, das war jetzt zum Schluss einer zu viel. Aber wie ihr seht, das Ende kann, das kann nicht immer ein Happy End sein. Auch wenn wir jetzt so gut gespielt haben und es eigentlich auch verdient hätten. Da war jetzt dann doch einer. Ja, diese typischen Exfil Camper halt. Was soll man dazu sagen? Ja, gut Leute. Wie sonst auch gerne. Abo und Like da lassen. Und ich würde sagen, bis demnächst. Ja. 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 Ja.